ich glaube er hört euch gegenseitig ne aber das war ja bei uns auch immer so ich höre nur benutzen jetzt hört euch ja wie bei uns war die ersten runden doch das moment dann steht die warte kabel irgendwie schnurken praktikant so hat das auch noch kontinuier ist jetzt kontinuier tatsächlich mal ganz gut da ist ja jetzt zwar kein job aber vielleicht gerade deswegen ich kann heute ich glaube hier nichts getroffen blende fast jetzt nicht kaum nie im leben ist noch einer so nein 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 oh yes Robert du geile Sau Gott ist so geil richtig geil und mein Geil besteht richtig geil komm gibst mir richtig jetzt richtig geil ja ist gut dann nicht so ein bisschen schneller vielleicht robotik war fast tot so erastet jetzt hier Feinde landen hier wieder hat jemand nur eine Platte event hier landet hier oben kann das sein naja ganz oben sitzt er drauf ich gehe mal gucken nachbar ich habe die Beine fast hier bricht man sich die Beine steht da hier auf einen Tisch in der Ecke wieder ey genug Geld haben wir auf jeden Fall ne hat schon jemand ach hast du schon die Reise begonnen da wo warst du denn jetzt hab schon die Reise echt vor unten bis an unten okay wir helfen uns eine sammelt beiträger eigen sammelt schutzgeld und dann habe ich den Druck geholt ja gut na klar Hauptsache sauber so ja wo wir meine sind soo na einer zwei Platten zufällig ja ach leider ja nicht mehr warte mal ach so ne wenn du acht hast dann gib ihm mal ich habe nur zwei ähm nur zwei für einen komischen Charakter äh wie sieht ich gerade selber nicht irgendeine olle oder was so ein Punto Alter Richtung Headquarter hoch eventuell blauer Marker ja auch proaktiv aus oder eher nicht mhm joa fuckable wo landet er wollte landen Shield-Prag ich hab so äh Totenstelle ich gehe mal rein hier ist er oh er die haben nur in keinem Haus gegenüber sind vier fünf Gegner hier ist er ich hab ihn ist gerade rüber herannt wo ist da viele alter Vater ist da einer gelandet da sind sie auch drinnen ach der liegt hier in der Ecke ist das ein ekelhafter wofür noch Pötchen, die sind sie überall im Gegend ach das war das weiter ist schlecht echt so wie dann von euch hier Ne Scheiße richtig schlecht hier ist er bei mir noch eine sekunde wieder auf meiner leiche der kommt hier liegt alles gasmasken und so weiter hier bei mir im haus sind auch welche jetzt noch ein rucksack das restliche team war da von uns ja die sind alle unten auf der drohne zu sehen da neben uns noch ein ganzes team ja hier und jetzt hier nehmen an der körper vom prüsen abfangen oder sind hier unten in habe ich aber wahrscheinlich ein andere team einer ko noch einer auch nein scheiße man das ganze absolut jetzt natürlich weg hast du noch holen doch ich habe damit abbekommen wo bist du naja hier draußen am einkaufen ja oben auf dem prüsen er wirft es rüber und letztlich hier rechts lang pascal ich gehe auch unten da vorne steht er noch schon wieder hier landet er noch ich habe hier ich muss gucken ob ich das hier schaffe die da unten sind welche ich habe mehr mit dir vom prüsen zu tun ja die snipe was stimmt ey landet er schon wieder ein ko auf dem prüsen ich weiß nicht ob der euch besnipet hatte nein man jetzt werde ich euch snipet was ist ja los ich versuche zum nodi zu kommen über den tunnel hier unten hier unten ist noch irgendwo einer glaube ich bei zwischen blau und grün hier bei uns oh blau ich glaube ich hätte mich in real life hätte er mich jetzt getötet äh deacon zone wenn er mich schon gesehen hat die rennt zum nodi jo alles beide ko ja scheiße klammer jetzt kommt hier leider bei mir komm gleich müssen wir platten geben warum mach hin alter ist noch nicht kaum alter sauber aber sehr gut die lande k.o. richtig gut sehr stark ok man so ich hatte bei dem loadout land eigentlich da ich hole mal eine munitionskiste ne plattenkiste aber auch mal wahrscheinlich oh hast du noch eine drone irgend ach du scheiße ey guck mal hier nehmen wir uns direkt äh ja hinter uns hinter uns hinter uns ja 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 perfekt aber ich will mir noch eine selbstfielerbelegung und dann zuhne kommt jetzt da wo wollen wir lang links unten aufzeigen 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 ja wollt ihr nochmal braucht ihr nochmal ein loadi ich habe noch eins gerade dabei wisst du noch nicht ob ich es abwerfen ne ich fahr dran ne ich fahr dran ne ich fahr dran ne unbedingt ja ok dann straightforward dort werden wir uns aufzeigen ja boll wo bist du auch halt hier jetzt ja täme den den vom vom auf dem dach rechts rechte seite und welche runter gesprungen richtung zone kommen noch vier vom dach ja mein controller hallo hier ist einer genau auf der straße vor mir live markt ja mein internet ab hier wieder anfang mein controller war leer in der sekunde der rennt an der mauer lang aber da ist ja auch die mit dem auspuff das ist nicht zugelassen ist eigentlich schrengenommen ist der anschied muss man sagen in der sekunde wo die alle runter gekommen sind geht mein controller aus unglaublich ich bin doch du hast es gesehen Nein, ich dachte, bin ich das vielleicht? Ach so, oh, nee, ey. Und der wurde nämlich, okay, jetzt hat er vielleicht Gasmaske, aber da war auch hier mit der Handkarte. Oh Gott, ey. So geil einfach. Pssst. Oh, nee. Nee.